Hallo zusammen, ich bin Tanja Mürner, ich bin 19-Jährig, komme von Werner Oberland und ich mache Biatun. Nach meinem KV-Lehrabschluss letzten Sommer wohne und trainiere ich in Lenz, weil ich dort von optimalen Trainingsbedingungen profitieren kann. E-Tage-Woche arbeite ich in der Biathlon-Arena an der Reservation. Seit Jänner mache ich zusätzlich noch Berufsmatour in Zürich. Den Rest der Zeit kann ich möglichst gut und viel trainieren, damit meine Ziele einen Schritt näher kommen. Ich habe auch früh in den Frühling in den Zehn-Kader gearbeitet, weil ich im Junior-Cup zu Polen zweimal ein Top-20-Ergebnis habe. Meine Ziele für die nächste Saison sind Top-10-Ergebnisse an der Junior-Cup, Top-12-Ergebnisse an der Junioren-Europameisterschaft und Top-20-Ergebnisse an der Junioren-Weltmeisterschaft. Biathlon ist ein sehr schöner, aber auch teurer Sport. Das Gewehr, Munition, Trainingslager, Ski und Stöcke und auch gute Kleder sind sehr kostspielig. Meine zwei jüngeren Geschwistern fahren beide im Kader Ski, was für meine Eltern natürlich eine grosse finanzielle Herausforderung ist. Weil ich ja nur E-Tage in der Woche arbeite und zusätzlich noch die Berufsmatour mache, verdiene ich noch nicht so viel Geld. Darum wäre ich sehr froh, wenn du mich auf meinem Weg unterstützen könntest. Ich versuche gerne Vollgas zu geben und meine Ziele zu erreichen. Schon jetzt ein grosses Merci für deine Unterstützung. Salut zusammen, ich bin Tom. Wir haben froh, alle unsere Kinder aktiv Leistungssport machen. Für uns als Eltern ist das eine grosse finanzielle Herausforderung. Wir sind auch froh, wenn ihr dann ja auf dem Weg zu ihren Biathlon die Ziele unterstützt. Merci vielmals.